Heute Abend ist der Fernsehpreis hier in München. Ich bin schon ganz gespannt. Es wird ein wunderbarer Abend. Es ist schon draußen ein tolles Wetter. Hier tummeln sich schon ganz viele grandiose Schauspielerinnen und Schauspieler. Der Abend lässt vermuten, dass er wirklich, wirklich schöner wird und dass er berührend wird, emotional, überraschend auch. Also ich freue mich schon sehr drauf. Heute wieder ein ganz besonderer Abend. Der Bayerische Fernsehpreis ist verliehen worden an großartige Schauspieler, Produzenten, Regisseure und den Ehrenpreis, den der Ministerpräsident für Geking an die Brüder Wepper, Fritz und Elmar, die uns, ja mich, seit unserer Kindheit begleiten, in vielen, vielen Serien unterhalten, ernsthaft, großartige schauspielerische Leistung, international, deutsch, aber immer bayerisch. Das hat mir so gefallen. Und deswegen ist es uns eine Ehre, mir eine Ehre, Ihnen diesen Preis zu verleihen. Alles, alles Gute euch beiden.